Der Party-Hotspot der Silvesternacht auf Sylt war die Westerländer Promenade. Gefühlt war die ganze Insel unterwegs, zu tausenden strömten die feierlaunigen Sylter und die Urlauber hinunter zum Strand und zur NDR 2 Party an der Musikmuschel. Dort war die Stimmung schon lange vor Mitternacht auf dem Höhepunkt. Die Party und die Silvesternacht verliefen weitestgehend ruhig und friedlich, teilte die Polizei mit. Nur das DRK war häufiger im Einsatz. Offiziell ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf Sylt ja verboten. Daran gehalten hat sich wohl kaum einer. Sylt ist in der Silvesternacht seit Jahren ein kleines gallisches Dorf. Trotz des Verbotes lief am Westerländern Machthimmel ein grandioses Himmelsspektakel ab. Viel Spaß beim Anschauen und ein glückliches neues Jahr für Sie alle da draußen. Die Stimmung ist in der Silvesternacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020